Die angebotene Baugrundstück befindet sich im Herzen des Bialovica Urwald gelegen. Es ist etwa eine Meile vom Zentrum von Bialovica liegt, das Grundstück mit einer großen Oberfläche 9000 Meter großen Bau unterbringen können Werke. Ein Panorama des Landes hier in nördlicher Richtung. Hier ist ein Panorama der westlichen Parzelle. Hier ist ein Panorama des Nordens. In der Ferne sieht man den Weg nach Warschau. In diesem Satellitenbild sieht man seltene Vögel geschützt Natura 2000. Hier ist ein Panorama des Landes. Vielen Dank.